hey Leute was geht ab zu einem neuen vlog hier aus meinem zimmer und heute zeige ich euch nicht aber heute fahre ich in die rams hallo wieso geht das nicht egal ja eigentlich hätte ich ja zu padden und zum spiel heute gehen müssen aber leider ist er etwas krank deshalb kann ich ihn nicht sehen deshalb darf ich schon ein bisschen ne eigentlich ist es nicht früher fahren aber ja leider auf jeden fall grüße gehen auf jeden fall die an dich raus und ja dann würde ich sagen sehen wir uns in der rams hallo ich bin jetzt in der rams hallo und ihr seht mein zimmer sommer betreten wir es eigentlich habe ich schon gesehen aber es ist so geil ich komme da rein es fühlt sich an als hätte ich eigentlich sein eine villa oder ein haus ich mache immer zu was ist dann hier nichts eine weiße wand mein erstes zimmer ein klo okay man sollt dann immer schauen wegen irgendwelchen spiegeln weil ihr wisst ja so nächster raum boah da ist der boden so urwein das ist einfach so so uhr warm hier seht ihr die dusche in einem wunderschönen spiegel vitamin bald wasserfall und die sauna da darf ich keine videos ja machen wisst ihr weil die ja geil ist hier hat man dann einen spiegel den zeige ich euch ja nicht aber der ist auch geil so dann geht es weiter hier nochmal meine zimmernummer und hier dann ein kasten für meine schuhe dann hier ins erste schlafzimmer mit schönem accessoire schön accessoire dann seine hässliche couch die ist jetzt nicht für mich ein fernseher riesiger ausblick riesiger ausblick ein bett ja das ich brauche jetzt nicht 100 betten aber eines reicht mal dann kommen wir jetzt ins wohnzimmer mit einer guten couch ein fernseher und dann noch ein couch und sitzen und halt zum essen das finde ich auch so geil und kochen einfach hier so sowas und dann noch einmal das letzte nämlich mein schlafzimmer wo ich mich am besten gefühlt habe hier eigentlich eine gute couch auch wieder riesiger ausblick auf mein land auf meine ramsau und dann noch das besonderste was eigentlich nur millionärskinder da kann man mich schon mitsehen ein eigenes badezimmer mit fußbodenheizung und wenn man hier am klo sitzt kann ich einfach so rausschauen das ist 10 von 10 und noch seine eigene dusche und ich glaube so sicher um die 10.000 kommt man gut hin für eine woche also sicher ein geiles zimmer da werde ich einfach mal dann so aufnehmen wie ich im zimmer auch von irgendeinen scheiß rede also alle meine youtube-videos zusammen war der lustig jetzt würde ich sagen bin ich mit der ruhm so fertig und ich werde dann langsam meine koffer einrichten und wir sehen uns dann gleich bei eurem nächsten teil von und hier die wunderschön der dusche und ich würde jetzt hier mal waschbecken und ich würde jetzt hier mal die zähne putzen und ich würde auch schon sagen gute nacht und auch einen schönen ersten teil oder ersten vlog noch kleine teile wieder von dem großen vlog Nennen wir das hier einfach Tageheds in der Ramsau. Ja, klingt gut als Titel. Daumen würde ich sagen, like das Video, wenn ihr denken Hallo. So, ich glaube, das ist jetzt raus. Ich kann einmal mein Handy hier sehen. Like das Video, like das Video, like das Video.